321, willkommen zurück bei Game of Thrones, Telltale, Game, Sirus, was auch immer. Wir sind ein Knabbe und sollen unserem Onkel das Schwert von Lord Forrester bringen. Oder so ähnlich. Wir wurden gerade beim Red Wedding ein bisschen hingerichtet. Kings Road. Oh, Forresterland. Müsst man ja sicher sein. Ein Schwein. Er heißt bestimmt Schinken. So, Jos, äh, to move, look around. Ach, was soll ich auf die Show halten? Hop, hop, hop. Mal mit den Werner. Alala. Lauf ich denn in die richtige Richtung? Wir gucken uns das Schwein an. Nein, gucken wir nicht. Oh, hier ist was. Wir schauen zum Blut. Und... Blut. Ja. Ich würde sagen, Pferd. Frisch. 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 Auch gut. So, das war's schon. Ja, sehen wir nicht. Gut, dann laufen. Oh, ein totes Schwein. War's vielleicht das Schwein. Ich hab' ja gehört, wenn ein Schwein tot ist, dass die anderen Schweine das fressen. Und daher versteh ich nicht, warum das eine Schwein weggegangen ist. So, können wir hier irgendwie noch was sehen. Nein. So, ein Wagen. Ein leerer Wagen. Komm hier noch irgendwo hin? Nein. Das ist noch eine Wegbegrenzung, wie's aussieht. Kann man das Spielfeld nicht verlassen. Kommen wir hier hoch? Auch nicht. Oh. Ein umgekippter Wagen. So, Y. Äh, was hat der drauf? Körper. Und... Das war's, Iska. Okay. Am Kartenzaun mitten im Wald. Nordr bulten. Bulten waren die, die gehäutet haben, oder? Fremsee? Fremsee? Fremsee bulten? Na, ich glaub. Kann ich hier schon irgendwas anklicken? Nein. Ich will gar nicht näher. Ja, so gehäutete Mensch. Am Kreuz. Kopfüber. Äh, nicht, nicht näher ran. Oh Gott, oh Gott. Also nicht gut. Hi. Sehr Mut. Oh. 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 Das große Schwert, das kann ich doch nicht halten. Oh nein. Nicht kämpfen. Ah, Mensch. Komm los. Äh. So große Tasten und ich sehe sie zu spät. So jetzt. Komm. Gib dir Mühe. Oh. Fuck you. A, B, X, Y. Ah, nein. Okay, ich bin tot. Das war's dann wohl, oder? Nein. Ich bin ein Depp. Mistgabel. Sehr gut. Hackeweil. Noch besser. Ich bin echt zu blöd zum Kämpfen. Ja, er ist ja gut. Da. Also das Schwert ist schon weg. Oh. 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 Okay, einen haben wir. Jetzt brauche ich die Mistgabel, oder? Beide sind verloren. Nein. Nein. Nicht der. Ah. Okay. War das ein Spear oder ein Tackle? Nein. Ah. Awww Awww X Aaaah Awww wieder tot oder? Heiliger Dreck Ich sollte mir besser mal merken wo die Tasten sind So, Tackle. Musik ist weg. Scheiße. Ah. So. Hui, ging besser. Echt schlecht im Kämpfen. Keine Gnade mehr, den wollten's. Das war's, was ich versuche. So. Damit beenden wir erstmal diese Folge nach zwei oder dreimal sterben. Also dann tschüss und tschau bis zum nächsten Mal.